Das ist ein Apfel. Ich habe heute ein Apfellied für euch mitgebracht. Jetzt schneide ich den Apfel mal so rum auf. Ich hoffe, man kennt was sieben. Das sieht aus wie ein Stern. Das Ganze hier ist das Kernhaus. Und das Kernhaus hat Zimmer. Eins, zwei, drei, vier. Die Kerne ist grün. Welche Farbe haben die Kerne denn? Schwarz. Ja, schwarz sagen manche, aber wenn man richtig guckt ist es braun. Dunkelrot. Nein, braun. Dunkelrot nicht dunkelbraun. Dunkelbraun sind die. Und wisst ihr wofür die Kerne sind? Das ist Samen. Das ist Samen. Samen. Samen, ja. Und was passiert, wenn ich den Samen in einen Blumentopf tue und Wasser drauf fließe? Ein Apfelbaum. Ein Apfelbaum. Ein Apfelbaum. Sollen wir erstmal machen, ich sage ihr sagt? Ja. 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 In meinem kleinen Apfel. In meinem kleinen Apfel. In meinem kleinen Apfel. Da sieht es lustig aus. Da sieht es lustig aus. Da sind fünf kleine Zimmer. Da sind fünf kleine Zimmer. So wie in meinem Haus. So wie in meinem Haus. In meinem kleinen Apfel. In meinem kleinen Apfel. Da sieht es lustig aus. Da sind fünf kleine Zimmer. So wie in meinem Haus. Eins, zwei, drei, los. In meinem kleinen Apfel. In meinem kleinen Apfel. In meinem kleinen Apfel. Doch sieht es lustig aus. Da sind fünf kleine Zimmer. So wie in meinem Haus. In meinem Haus. In jedem Zimmer wohnen zwei Kerne braun und klein. In jedem Zimmer wohnen zwei Kerne braun und klein. In jedem Zimmer wohnen zwei Kerne, braun und klein, die liegen da und warten auf warmen Sonnenschein, auf warmen Sonnenschein. In jedem Zimmer wohnen zwei Kerne, braun und klein, die liegen da und warten auf warmen Sonnenschein, auf warmen Sonnenschein. In jedem Zimmer wohnen zwei Kerne, braun und klein, in jedem Zimmer wohnen zwei Kerne, braun und klein.